Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Cannibals. Die Cannibals 99 Centil und der Pfälzer Hallo haben heute wieder einen Gast in unserem kleinen Kochtopf sitzen. Und zwar Sneaky Peaky Werner den alten Flodderer. Servus. Servus zusammen. So, heute gibt es ein After Halloween Special und die Idee war, jeder hat sich zwei Filme rausgesucht und wir quatschen drüber. Niemand weiß, was kommt. Also lassen wir uns überraschen. Spoiler versuchen wir natürlich, wenn es möglich ist, zu vermeiden. Vielleicht sind ja ein paar Tipps für euch dabei. Die Rubrik Last Watch lassen wir heute auch erstmal ausfallen. Kommt beim nächsten Mal wieder, da es vielleicht dann etwas zu viel wird. Okay, wer möchte anfangen? Der Gast? Ja. Oh, das ist aber ganz lieb von euch. Also da komme ich öfter mal vorbei. Ja, mein Lieblingsfilm, was Horror angeht, gibt es eigentlich zu viele. Aber den Film, den ich mir bisher am häufigsten angeschaut habe, war glaube ich Midsummer. Ich hätte drauf wetten können. Gut, dass ich den nicht genommen habe. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass nicht nur ich den Film im Kopf hatte, denn er hat ja doch so seine Probleme, sage ich mal. Er hat viele Leute, die ihn hassen, einige Fans, die ihn lieben. Ich habe ihn zusammen mit einem Kumpel zum Beispiel angeschaut. Das wird er mir nie verzeihen, dass ich ihn diesen Film gezeigt habe. Das war der schlechteste Horrorfilm, den er je gesehen hat, sagte er. Für mich ist es einer der besten Horrorfilme überhaupt, weil es so vieles gibt an diesem Film, das ich liebe. Und ja, das wäre meine Wahl. Reiß mal kurz den Inhalt an. Also in Midsummer geht es um die von Florence Pugh gespielte Dani, die eben mit ihrem Freund, der eigentlich Schluss machen möchte, einen, ja sagen wir mal, Trip macht und dabei halt eben einen sehr ungewöhnlichen Ort besucht, wo alle paar Jahre das Midsummer Festival gefeiert wird und komische Dinge passieren, sage ich mal. Also ich will da echt nicht zu viel verraten, denn gerade diese Details, finde ich, machen den Film so richtig cool, so richtig überraschend, weil da eben Dinge passieren, die man so in Horrorfilmen nicht unbedingt erwartet. Also Film spielt ja komplett oder fast komplett am helllichten Tag, alles schön bunt und das alleine ist ja schon ein Riesenspaß anzusehen. Okay, was genau fasziniert dich daran? Oder was ist das, wie oft hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, schon vier, fünfmal gesehen oder so und Horrorfilme schaue ich schon alleine selten zweimal, aber vier, fünfmal kommt selten bis gar nicht vor. Warum? Na, Horrorfilme, die nutzen sich ja in der Regel schnell ab, wenn man weiß, wann kommt der Schocker, wenn man weiß, was passiert da Schlimmes und Jumpscares kommen da und da, dann kann sich Horror ja schnell ein bisschen kannibalisieren, sage ich mal, wenn man den Film schon kennt. Bei Midsommar ist es allerdings so, dass man da eben immer wieder Neues entdeckt im Hintergrund oder gewisse Dinge anders interpretiert und so die Geschichte dann wieder ein bisschen mehr Tiefgang bekommt, was man beim ersten oder zweiten Mal nicht gesehen hat. Und ja, das macht den Film eben auch so, ja, richtig spannend und man entdeckt halt eben immer wieder was Neues, statt dass man immer den gleichen Horror erlebt. Also ist es eher die Atmosphäre? Ja, also es ist zum einen die Atmosphäre, eben auch aufgrund der Location, weil der Film eben draußen größtenteils Spielstadt, dass man in einem Bunker sitzt oder dunkle Wohnungen oder etwas dergleichen. Nein, man ist im Freien, man ist nicht im Dunkeln, man ist im Hellen. Es ist halt eben eine komplett andere Art Horror, nichts mit 0815 und das liebe ich so sehr an diesem Film. Also einfach anders als der Rest und das auf eine schöne und vor allem auch sehr effektive Art, weil die Geschichte eben sehr subtil erzählt wird und man nicht auf diese einfachen Jumpscares setzt oder Brutalität, sondern doch ein bisschen so auf die Psycho-Ebene geht. Till, du hast ihn auch gesehen, gell? Ja, ich würde, also es ist einer meiner, tatsächlich mittlerweile einer meiner All-Time-Favorites, was Horrorfilme angeht. Als ich den geguckt habe, das war auch mit einem Arbeitskollegen im Nachtdienst tatsächlich, da hatten wir eine ganz, ganz entspannte, ruhige Nacht, haben uns das Ding angeguckt und als der Film zu Ende war, haben wir uns nur angeguckt, das Tablet zugeklappt und haben nichts gesagt. Das war so verrückt, was da zweieinhalb Stunden abgefeuert wurde und dann habe ich ihn danach ja noch zwei, dreimal auch geguckt, einmal im Directors Cut und das Ding hat eine Atmosphäre und ein Schauspiel und eine Gewalt, wenn sie gezeigt wird, die so krass ist, die so intensiv ist und das Ganze, wie gesagt, schon alles am Tageslicht, am Tag. Der haut mich wirklich, wirklich um. Den werde ich auch noch deutlich öfter gucken, wobei ich auch generell so meine liebsten Horrorfilme immer mal wieder einschmeiße. Aber da, wie schon gesagt, man hat so viele Details und wenn man sich dann, wenn man den Film geguckt hat, bei IMDb mal in den Trivias zum Beispiel durchklickt, das ist, es ist phänomenal, was da noch alles drin steckt. Alleine, alleine, dass es zwar im Tageslicht spielt, aber nie die Sonne zu sehen ist. Du hast die Sonne immer im Rücken. Also diese ganzen kleinen Details, das ist Wahnsinn, dass Florence Pugh keinen Oscar bekommen hat, weil Horrorfilme meistens ignoriert werden, ist eine absolute Frechheit. Ja, also Florence Pugh. Wirklich ein unfassbares Schauspiel, was die viele, aber vor allem Florence Pugh da abliefert, ja. Ja, hier hat sehr viel gestimmt. Schauwerte, Schauspiel, die wenigen Schocks, die dafür umso tiefer sitzen und eben alles, was so im Hintergrund passiert oder eben auch nicht passiert. Da waren so einige Szenen dabei, die ich im Leben noch nie gesehen habe, wo man noch nicht einmal dran denkt, so etwas sehen zu wollen. Und dann hat man plötzlich die Szene vor sich und ja, mir ging es genauso. Ich saß dann nach dem Film da und hab mir überlegt, was hab ich hier gerade gesehen? Meine Güte, was ist hier passiert? Das Krasse ist, du kannst den Film, das macht natürlich niemand, aber theoretisch kannst du den Film einmal gucken, indem du wirklich den Hauptcharakteren folgst. Dann kannst du den Film gucken, indem du dir nur das Foreshadowing anguckst, was den Film so knallhart durchgezogen wird, dass man im Endeffekt schon, wenn man den Film schon kennt, nur anhand der Bilder und der Symbolik schon sehen kann. Das ist quasi der gesamte Film. Und dann kannst du den Film eigentlich nochmal gucken, indem du die Hauptdarsteller völlig ignorierst und dir nur die Hintergründe anguckst, weil da einfach überall immer irgendwie etwas passiert. Entweder bewegt sich was, weil sie in Drogenrausch sind oder du siehst Gesichter von Person XY die ganze Zeit. Das ist also wirklich ganz groß. Ich weiß genau, welche Szene du meinst. Ja, ja, zum Beispiel das im Busch, wo dann die, also das ist völlig, ja. Und meine Frau ist nicht so der Horror-Fan, also zumindest nicht so auf der Schiene, die ich fahre, die ja manchmal so ein bisschen ins Extremere schlägt. Aber bei dem Film, das ist glaube ich auch einer ihrer Horror-Lieblinge direkt beim ersten Mal gucken geworden. Da gehen die Meinungen echt auseinander. Ich habe ihn auch gesehen, ich habe ihn auch zweimal gesehen, einfach um auch so die Hintergründe mit aufzunehmen, was ihr ja schon angesprochen habt. Aber ich muss sagen, naja, ja, der hat schon Atmosphäre, aber so richtig gepackt hat es mich jetzt tatsächlich nicht. Es ist alles gut, aber es ist nicht so herausragend, dass ich sagen würde, okay, ich würde mir den jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal angucken. Zweimal hat gelangt und das war's. Also ich habe mir den auch Gott sei Dank ausgeliehen und nicht gekauft. Aber ja, es, ja, der hat schon, der hat schon seine Stärken, keine Frage. Und das Schauspiel ist auch gut. Aber ja, irgendwie hat es mich halt nicht so, nicht so mitgenommen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ist halt wirklich ein sehr spezieller Film. Ist halt ein Ariasta-Film. Und Hereditary, wie hat der dir gefallen, Sven? Den fand ich, den fand ich einen Ticken besser. Aber das ist auch einer, den guckt, den habe ich mir einmal angeguckt und das war's. Ja, ich auch. Weil, also, ich weiß nicht, bei Asta habe ich irgendwie nicht so die gucken, ja, aber irgendein abfeiern, nee. Jetzt nicht, weil mir, weil mir der Gewalt oder der Blutanteil fehlt. Ich habe nichts gegen intelligenten Horror, aber ich habe was dagegen, wenn die Filme gleich so abgestempelt werden. Also, dass du dann sagst, ey, nur der macht intelligenten Horror. Und so wenig wie möglich darüber nochmal irgendwie gelesen oder gesehen zu haben. Und deswegen, falls hier irgendjemand dabei ist, der jetzt Lust auf den Film hat, anschauen, ohne dass man viel mehr darüber erführt. Ja, alleine der Anfang, alleine der Anfang mit der Kamerafahrt in die Räume und dann sieht man, was passiert. Wenn man vorher weiß, was da los ist, das nimmt dann eigentlich schon mal den Impact und die Spannung, die Integrität. Und auch eben so die Motivation der Charaktere, wieso, weshalb manche was tun. Das würde schon ein falscher Satz über die ersten Minuten, da würde schon, die würden schon den Spaß versauen ein bisschen. Okay, sollen wir dann gleich zum nächsten springen? Ja, sehr gerne. Till, schieß los. Dann, ich musste gerade, ja, je nachdem, wie lange wir brauchen, musste ich mich jetzt mal entscheiden, welchen ich nehme. Aber ich entscheide mich für den 2013er Evil Dead. Ähm, den kennt ihr beide? Jo. Ja, alles klar. Das ist ein Film, den ich auch wirklich sehr, sehr liebe und den auch wirklich öfter reinschmeiße. Und gerade jetzt, wenn es hier so dunkel wird, so früh und wenn dann die Kürbisse draußen stehen vielleicht noch, knallt der einfach noch mehr. Ja, es ist so. Der ist 2013 rausgekommen von Fede Alvarez, den kennt man von The Girl in Spiderweb oder halt auch von Don't Breathe, der ja auch relativ hohe Wellen geschlagen hat, als der rausgekommen ist, weil er auch mal ein bisschen anders ist, der Film. Ja, und der lustigerweise, ich hab mich mal ein bisschen bei IMDb ein bisschen durchgewühlt, der hat, natürlich, die USA spielen natürlich meistens am meisten ein, aber nach den USA ist der in Deutschland, der die meisten, das meiste wieder reingeholt mit sechseinhalb Millionen. Das fand ich schon ganz cool, in den USA irgendwie 40 oder so, ne, aber danach kommt direkt Deutschland. Zu Recht. Zu Recht. Worum geht's? Es geht um fünf Freunde brechen in eine entlegende Waldhütte auf, in der sie mit dem Buch des Todes, das Necronomicon, unwissentlich Dämonen wecken, die natürlich in den Wäldern leben. Ja gut, Kenner denken sich, das gab's in den 80ern, ganz genau, das ist das Remake von Tanz der Teufel, das wahrscheinlich auch jeder, der mal ein Horrorfilm, der Horrorfilm-Fan ist, wahrscheinlich irgendwie mal gehört oder gesehen hat, die früher Anfang 2000er für mich so die großen verbotenen Filme waren, Evil Dead 1 und 2, beziehungsweise Tanz der Teufel 1 und 2. Und jetzt kommt Evil Dead von 2013 und knallt so ein Brett hin, visuell, sowie auch von der Geschichte, wenn man zwischen den Zeilen lesen möchte, weil es geht um die Mia, die im Endeffekt dahin kommt mit ihren Freundinnen, weil es dann darum geht, dass sie die Drogen weglässt, weil sie ist stark drogenabhängig und kippt dann die Drogen weg und dann geht der Entzug los. Parallel dazu findet einer der anderen Freunde halt dieses Buch, das Necronomicon und wie jeder weiß, wenn man im Wald ist, in einer Holzhütte, da muss man natürlich aus Teufelsbüchern vorlesen und dann geht's halt los. Und das ist visuell und der Gewaltgrad ist wirklich krass und der macht einfach nur, nur Spaß. Wie sieht's bei euch aus? Ne, also ich muss dir soweit wirklich zustimmen. Ich hab ihn mir erst dieses Jahr wieder angeschaut, bevor eben Evil Dead Rise rauskam, dachte ich, ja, zum Aufwärmen der Erinnerung, schau schon dir mal wieder an. Und ich hatte ganz vergessen, wie großartig dieser Film wirklich ist. Also ich hab ihn davor glaub bloß einmal gesehen damals, im Kinoliefer ja nur geschnitten bei uns, also hab ich gewartet, dann ungeschnitten, dann lange nicht mehr und da ist ein bisschen untergegangen, wie genial der wirklich ist. Und ich hab ihn so geliebt, als ich ihn gesehen hab damals. Also ein Prachtstück an Horrorspaß. Ja, absolut. Und vor allen Dingen überraschend gut. Ja, für mich eines der besten Horror-Remakes aller Zeiten. Der muss sich nicht vor The Thing oder sonstigen verstecken, was so große Remakes angeht. Bei mir war's wirklich, ich saß da und dachte, okay, ich bin mal gespannt, was sie da rauszaubern. Und allein das Opening, ich saß wirklich mit offenem Mund da und dachte, okay, also das kann nur gut werden. Und ist es auch. Also der ist fies, der ist dreckig, der hat auch mehrere Ebenen. Es ist ja immer die Frage, ob es als Prequel, Sequel oder sonst was gilt. Ja, mit dem Auto, okay, gut, das könnte man als Hinweis nehmen, wobei sie ja auch irgendwie gemeint haben, es wäre angeblich gar nicht so, ich glaube, war da nicht so arg dran. Ja, das Auto ist übrigens nicht das Originalauto, das ist der 73er, sondern der 74er oder 63er. Also auf jeden Fall ein Jahr das Auto. Ist ja auch egal, das ist so ein Kleinkram. Aber ja, das ist halt so der kleine Hint, guck mal, wir sind im Sam Raimi, naja, nicht Universum, dass es die gleiche Welt ist, aber wir sind, wir atmen, wir atmen irgendwie doch die gleiche Luft. Und das war dem Film auch, dem Film selber, sag ich schon, den Produzenten und dem Regisseur, der Crew auch extrem wichtig. Natürlich, die haben so gut wie gar kein CGI benutzt, bei den ganzen Sachen, die wichtig sind im Horror, sei es Blut, sei es Effekte. Die haben beim Feuer und in den Hintergründen haben sie CGI benutzt, kann man ja auch machen. Beim Feuer sieht man es auch, leider, aber das ist halt so wild. Und das ist halt immer so, das war so auch die große Befürchtung damals, als er angekündigt wurde, weil es ist halt, CGI kann halt einfach viel versauen. Das ist halt leider so. Gerade in diesen Jahren merkt man das. Ja, es ist, da haben viele halt nicht so das Gespür für, leider. Und wusstet ihr, dass auch Park Chan-Wook gefragt wurde, ob er den Film machen möchte? Nö. Ja, das habe ich, habe ich mal in Trivia gelesen. Das wäre interessant gewesen, aber ich denke, ich bin ganz froh, dass das Fede Alvarez gemacht hat, auch wenn ich Park Chan-Wook sehr verehre. Aber ich glaube, der hätte halt nicht so eine Schlagplatte abgegeben, die gleichzeitig wirklich noch spannend ist. Und man muss es halt auch einfach sagen, der Extended Card lohnt sich halt auch wirklich. Definitiv. Absolut. Absolute, absolute Pflicht. Ja, und weil du hast da halt nicht mehr irgendwie noch mehr Entzug, noch mehr Schwester redet mit Bruder, sondern du hast einfach wirklich, boah, fucking goh. Das, das Teppichmesser ist zum Beispiel nur in der Extended, soweit ich weiß. Ja, zumindestens, ja, ich glaube, in der normalen wird es angedeutet. Ja, ja, genau, also das Full Frontal Teppichmesser. Genau, und es wird extrem viel Blut vergossen. Und da habe ich mir auch nochmal was rausgesucht. Es sind 264.000 Liter Blut, Kunstblut. Ja, gut, allein schon der Showdown ist. Genau, und für die finale Szene alleine sind es 189.000 Liter gewesen. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich krass. Da reiht er sich, glaube ich, ganz vorne mit ein, neben Peter Jackson und Cabin in the Woods tatsächlich ganz am Ende diese Blutfontäne, dieser Schwall, der so an Shining erinnern soll. Was ist dein liebster oder fiesester Kill? Oh, ey, das ist, er ist schwer hier. Es ist so schwer, vor allem der Film, bevor ich das beantworte, der Film zeigt dir ja diverse Werkzeuge, die werden alle so langsam eingeführt. Die brauchen hier mal eine Nagelpistole, dann sieht man da mal dieses elektrische Brotschneidemesser, Hammer, bla bla bla, alles mögliche. Und jeder, der schon mal einen Horrorfilm geguckt hat, weiß, okay, das wird nicht einfach so gezeigt. Und da ist es, oh Gott, also eine der ikonischsten Szenen für mich ist tatsächlich auch ein ganz berühmtes Bild. Wenn sie sich im Badezimmer mit ihrem zerschnittenen Mundwinkel so umdreht, wenn, wenn, und dann duscht sie sie, vorher wird ja noch irgendwie heiß geduscht. Ja, ich glaube, ich kann, ey, frag mich doch nicht so was bei Evil Dead, meine Güte. Ja, du musst deine Lieblings, ja, Blutfontäne-Szene haben. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Brotschneidemaschine, auch wenn das, auch wenn die Zunge heftig ist und, und alles, aber ich glaube, das ist es. Weil da auch so draufgehalten wird und sie halt bei vollem Bewusstsein ist, weil sie etwas aufhalten will. Ich glaube, das ist es, ja. Das wäre auch meine Wahl gewesen, muss ich zugeben. Es ist einfach sauschwer, aber ich glaube, ja. Ja, ich tendiere eher tatsächlich zur Badszene, die finde ich krasser. Die ist halt länger und nochmal irgendwie intensiver, ne? Ja, ich irgendwie dieses, dieses, ich fand's auch bei Mirrors gibt's auch eine Szene in der Badewanne, da der Mund so aufreißt, ne? Richtig, ja. Und das ist, hast du ja hier, naja, in ein bisschen arg abgewandelter abartischer Form. Aber das war wirklich was, wo ich da gesessen war und dachte, okay, und der Film ist noch nicht mal fertig. Was kommt dann noch alles? Und die Szene ist wirklich so, die ist mir am, die ist mir einfach hängen geblieben. Ja, das stimmt. Und wenn du an Evil Dead denkst, dann denkst du immer ans Badezimmer. Na klar. Und das, was auch noch so, also einmal sieht der, finde ich, fantastisch aus, was Licht und Schatten angeht. Und der hat die Art von Gewalt, also na klar, wir gucken uns alle gerne einen stumpfen Kram an, so, keine Ahnung, Beispiel Terrifier 2. So. Nein. Ne? Ja, ich bin halt, ich mag Art the Clown. Das ist halt aber wirklich nur, da merkst du, okay, der will einfach den nächsten Nonsense-Gore-Film mit einem Clown machen. Mit einem Serienkiller. Völlig okay. Ich hatte meinen Spaß. Aber hier hast du, aufgrund der wirklich krassen Inszenierung, hat man immer, nimmt man immer so ein bisschen mehr noch mit, finde ich. Weil es halt alles nochmal so überragend gut aussieht. Das macht hier nochmal so ein bisschen den Unterschied. Ja, vor allem halt eben auch die Atmosphäre, finde ich. Die macht da auch viel her. Ich finde es halt bei Terrifier 2, das ist so überzogen. Absolut. Das ist so too much, dass das bei mir tatsächlich durchgeht. Also klar ist die Badezimmer, die Badezimmersage, Schlafzimmer. Krass, aber das ist so cartoonmäßig überzogen. Das kann niemals funktionieren. Das geht alles so überhaupt nicht. Und dann packt er noch Salz drauf. Und ja, natürlich ist es eine gewisse Art von Sadismus. Die hast du hier aber auch. Ja, aber der Unterschied zu Evil Dead ist und gerade auch zu den Originalen, Tanz der Teufel und vor allem Tanz der Teufel 2, was den Humor angeht, du bist komplett in einem ernsten Setting. Du hast kein Humor. Das ist alles runtergedampft auf, treffen sich fünf, die kümmern sich um die wirklich, wirklich stark drogensüchtige Freundin, Schrägstrich Schwester und dann geht die Scheiße richtig los. Du hast kein Funken Humor da drin. Es sei denn, man neckt sich mal zwischendurch so unter Freunden. Aber das ist nicht so, dass das Publikum jetzt durch Humor abgeholt werden soll. Du hast einfach alleine die Intro-Szene, sag dir schon und so geht es weiter. Die ganze Zeit. Absolut, der Teufel, wirklich, der ist wirklich sehr, sehr gut. Genau, deswegen. Und Funfact, bevor du weitermachst, weiß nicht, wie bekannt das ist, aber die Charaktere heißen ja David, Eric, Mia, Olivia und Natalie. Und die Anfangsbuchstaben ergeben das Wort Dämon auf Englisch. Demon. Weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist ein ganz netter Funfact. Ich bereue es bis heute, dass ich mir diese Limited Edition nicht geholt habe. Da gibt es von dem Film so eine coole Edition mit Statue drin, wo sie so unten aus dem Keller hochguckt. Das berühmte Bild aus dem Film. Ah ja. Davon. Ah ja, stimmt. Die wollte ich mir mal holen, aber die ist so schweineteil. Ja, ich bin eher da beim Mediabook gelandet, dass das berühmte Media, das Cover E ist das, glaube ich, dass dieses, wo mit der Kettensäge vorne drauf, wo sie gerade so jemandem mit der Kettensäge säbel, mittlerweile für Preise weit über 100 Euro zu ergattern, leider nur noch, aber ich habe es noch günstig geschossen, ja. Das ist schön. Werner, hast du noch was zu Evil Dead? Unbedingt anschauen und unbedingt in die Sammlung stellen, gehört einfach dazu. Gut, dann komme ich und zwar begeben wir uns nach Novi. Okay, Novi. Dead Snow aus dem Jahre 2009 von Domi Vigola, der auch jetzt Violent Night und Hänsel und Gretel und so Grams gemacht hat. Ich mache kurz den Inhalt, acht Medizinstudenten machen einen Wochenendtrip in die Berge, alles dufte und prima. Wäre da nicht eine Horde Nazi-Zombies, die sich in ihrer Ruhe gestört fühlen? Und eine Schatulle voll Gold spielt auch eine Rolle. Als ich drüber gelesen hatte, dachte ich, okay, Nazi-Zombies gehen fast immer. Eigentlich schon, außer in Resident Evil. Ja, genau. Und ich dachte, Norwegen, okay, im Schnee, Hütte, klar, passt auch. Ah, gucken wir mal rein. Und das ist ein schöner Mischmasch zwischen Comedy, die aber auch nicht zu arg ist, bis aufs Ende jetzt, und tatsächlich wirklich für zwei Millionen Dollar ordentlich gemachte, blutige Effekte. Das, ich hab den schon so lange hier auf Blu-ray, ich hab ihn noch nicht geguckt. Ich hab ihn tatsächlich geguckt, hab dann aber den zweiten Teil nicht angeschaut, der auch im Set dabei ist, weil er mir nicht gefallen hat. Der erste? Ja, also ich bin mit dem Film irgendwie nicht warm geworden. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was mich gestört hat oder woran es lag. Ich weiß nur, dass ich damit nicht sehr viel Spaß hatte und deswegen den zweiten Teil gar nicht mehr angeschaut habe, obwohl ich ihn ja direkt in der Hand habe im Set. Ja, klar. Also ich fand, die Charaktere sind okay. Du hast natürlich halt so die Klischees, den Filmfan und dann hast du die Medizin, das sind ja alles Medizinstudenten. Der eine kann kein Blut sehen, das ist noch ganz witzig. Wow, wirklich? Ja, ja. Und beim Überfall geht's natürlich schon ordentlich rund und das hat mir Spaß gemacht. Es war jetzt auch nix mega Neues, wobei 2009 waren die, glaube ich, noch nicht so zombie-mäßig, nicht so arg aktiv. Ich glaube, zeitlich hat der ganz gut reingepasst. Der hat ja auch echten, ja, so einen kleinen, naja, so einen kleinen Kultstatus erlangt, irgendwie dieser Film. So habe ich das zumindest wahrgenommen, weil dann habe ich, der war für mich immer präsent, seitdem er, da gab es 2009, gab es ja noch Videotheken, seitdem er in den Videotheken stand. Immer präsent. Immer, immer, immer. Ja, also das war tatsächlich auch einer, der, ich habe zwar so oft drüber gelesen und dachte, okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann habe ich mir gedacht, oh komm, egal, kauf sie dir mal und schmeiß den rein. Und ich habe meinen Spaß, ich gucke den öfters, also jetzt nicht viermal im Jahr, aber einmal im Jahr oder, naja, alle zwei. Passt ja ganz gut rein und das Ende ist gut. Die Charaktere benehmen sich nicht ganz so dämlich. Es gibt zwar immer natürlich dämliche Handlungen, aber sie bewaffnen sich, sie verrammeln die Hütte. Ja, okay, gut, es gibt dann natürlich noch einen mega dämlichen Unfall mit einem Molotow-Cocktail. Ja, aber die Frage ist ja, was, wenn ich jetzt von Evil Dead spreche, dann habe ich ja, dann haben wir alle Erwartungen. Wenn ich aber lese, es geht um acht Medizinstudenten, einer kann davon kein Blut sehen und es geht um Nazi-Zombies, dann habe ich ja auch meine Erwartungen. Da will ich ja, das kann ich ja nicht mit Evil Dead gleichstellen oder mit so einem Midsommar oder so. Man weiß ja, worauf man sich einlässt, grundsätzlich erstmal. Ja, und es sieht auch nicht, also die Effekte sehen gut aus. Es ist auch kein Trash, wo du dann irgendwie sagst, okay, das sieht so scheiße aus, sondern nee, die haben sich da ordentlich Mühe gegeben. Es gibt ein paar coole Einfälle und der Showdown hat es tatsächlich in sich. Mit dem zweiten Teil muss ich auch sagen, bin ich nicht richtig warm geworden. Ich habe den aber auch, glaube ich, locker seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich müsste mir den vielleicht nochmal angucken. Aber der erste macht mir einfach noch Spaß. Das ist so ein blutiges Treiben im Schnee. Also wenn du dir den zweiten Teil nochmal anguckst, sagst du mir Bescheid, dann gucke ich ihn mir auch mal an und ja, dann können wir uns da nochmal so untereinander austauschen. Ja, ich glaube, wenn dir der erste nicht gefallen hat, dann kannst du beim zweiten, glaube ich, knicken, weil ich weiß nämlich, dass, also es wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt anfange, die Handlung vom zweiten da abzusappeln. Ja, also können wir gerne tun, aber ich glaube, du wirst dir da auch ein bisschen schwer tun, wenn dir schon der erste nicht gefallen hat, weil ich glaube, im zweiten legen sie noch, also bin ich mir sicher, was ich mich erinnern kann, legen sie nochmal eine ordentliche Schippe drauf. Und ich glaube auch, dass die Nazi-Zombies diesmal Panzer haben. Einen Grund mehr, ihn anzuschauen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin für so einen Spaß absolut zu haben, so ist es nicht. Na dann, dann merkt man uns das mal. Ja, genau. Ja, mir macht der Spaß, ist super, ist, ja, ist halt auch ein bisschen was für Gorbauern, klar. Geht nur 90 Minuten, der nimmt relativ schnell Fahrt auf und dann geht es auch ordentlich zur Sache. Da fliegen die Eingeweide durch die Gegend oder werden als Seile benutzt oder sonst was. Ach, der Klassiker, die Gedärmenseile, ey. Natürlich, natürlich, natürlich. Ich finde halt das Szenario so cool. Horror im Schnee gibt es halt in meinen Augen allgemein auch viel zu selten, ne? Also da fällt einem noch The Thing ein und wie viel Schneehorror gibt es danach noch? Äh, ja, ich überlege auch gerade. Schneehorror? Gar nicht so viel. Ja, gute Frage. Dabei ist doch gerade, dabei kann doch gerade... Ja, Shining, ne? Aber Shining ist nochmal eine andere Art von Film, aber... Gute Frage. Ja, wahrscheinlich hast du nur, hast du, ja, okay, ja, doch, ja, gut, aber es ist erst so gegen Ende hin, wenn das Hotel eingeschneit wird. Ja, richtig, ja, ja, genau, das... Das ist ja am Anfang, das ist ja eigentlich eher so für den Showdown interessant. Ja, so viel gibt es nicht. Es gibt noch hier diesen Frozen, aber das ist auch, also nicht die Eiskönigin, sondern da, wo die im Lift stecken bleiben, das ist ja auch so ein bisschen... Der ist gar nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht, fand ich auch. Also das ist halt so ein bisschen found-footage-mäßig gemacht. Genau, der war ganz cool. Aber das, das, ich weiß noch, dass ich den gesehen habe und dachte, ach Gott, ja, den kann man sich mal angucken. Mhm. Also Hollywood, hört rein und legt los. Ja, richtig. Kommt halt auf Schnee. Blut auf Schnee sieht halt auch immer geil aus. Ah, nee, Ding ist noch gut, Cold Prey. Oh ja, stimmt. Aber es ist auch, Norwegen ist auch mit Schnee und gibt sogar drei Teile. Stimmt, die wahrscheinlich nicht besser werden mit der Zeit. Den letzten, den letzten habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe alle drei Teile hier. Ich fand den ersten sehr gut, den zweiten auch, fand ich auch gut. Beim dritten ist es halt, das ist Prequel, soviel ich mich erinnere. Aber gesehen hatte ich den noch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Ganz kurz, dieser Tommy, Tommy Vercola, der Regisseur von Dead Snow. Habt ihr Hänsel und Gretel geguckt und Violent Night? Ja. Ja, beides. Ja, Violent Night fehlt mir nämlich noch. Hänsel und Gretel ist für mich so ein, lange her, aber so ein spaßiger, ein spaßiges Filmchen irgendwie. Ja, den mochte ich auch. Den konnte man sich gut anschauen, auch aufgrund des Casts. Ja. Also gerade wegen Jeremy Renner, den mag ich. Und Violent Night, den musst du unbedingt nachholen. Der macht so viel Spaß. Ja, wollte ich jetzt erst machen, dann dachte ich mir, nee, es ist doch bald Weihnachten. Dann warte ich jetzt noch einen Monat. Wobei Violent Night, der geht mir nicht ein paar Ticken, wo ich gedacht habe, na, da hättest du die Schraube aber ein bisschen enger ziehen sollen. Ja. Also, der ist gut, keine Frage. Der hat super Einfälle und ich bin ein riesiger David Harbour Fan. Ja. Der macht es super. Das ist schon, das ist alles schon gut, aber nee, ich hab so zwischendrin gedacht, oh komm, da hättest du echt noch eine kleine Blutschippe obendrauf legen können. Dann wär ich voll längst zufrieden. Ja, das ist auch das, was ich mir gedacht hab, es gibt gewisse Filmparts, die hätte man ein bisschen ausweiten können, um genau das dann eben ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, was du gesagt hast. Gerade so das Finale, ne, das letzte Drittel. Davon einen ganzen Film machen, das wär's. Ja, der braucht halt auch ein bisschen, bis es losgeht, finde ich. Da ist immer, der hat echt so ein paar Längen zwischendrin. Genau. Da hast du gehört, da, aber nee, trotzdem, super Film. Angucken, dir gefällt er bestimmt. Bevor wir weitermachen, noch eine kleine Empfehlung ist Christmas Bloody Christmas. Oh ja, stimmt. Mit, äh, okay, ja, dann angucken. Alle, die den nicht geguckt haben, das ist noch so ein, der macht sehr viel Spaß mit Terminator Weihnachtsmann, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber der braucht auch ewig, bis in die Gänge kommt. Leider, ja, ja, das stimmt. Aber es wär noch so ein Schneefilm, deswegen. Ja. Nee, das stimmt, haben wir letztes Jahr auch angeguckt und wir wurden, je länger der Film ging, desto positiver wurden wir immer mehr überrascht. Ja, stimmt, okay, gut, also, ja, wenn du jetzt, wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, hast du halt dann noch natürlich Silent Night, also das Remake, dann das Silent Night normal, dann hast du noch irgendwie Deadly Games, es gibt schon einen Haufen. Also, dann hast du Black Christmas, dann hast du Black Christmas Remake. Ja, aber Black, ist Black Christmas, war der auch im Schnee? Ja, nee, nicht richtig Schnee, aber es wär halt. Ja, also für Weihnachts-Horror-Dings. Für Weihnachts-Horror, ja, genau. Ja, okay, hast du noch was? Habt ihr noch was? Nee, ich muss jetzt wieder, ich muss ihn halt gucken jetzt endlich mal. Ja, nee, schon klar. Let's know. Aber ich meine noch irgendwas zu Dead Snow. Nee. Gut, Werner? Ja, dann machen wir mal weiter mit meiner Nummer zwei, die, ja, knappe Nummer zwei, sag ich mal, teilt sich den zweiten Platz eigentlich mit The Witch, den mochte ich sehr, aber ich hab mich jetzt dann so beim genauer drüber nachdenken für A Quiet Place entschieden, den liebe ich auch sehr. Also, ich denke mal, habt ihr beide gesehen? Ja, also, von der Geschichte her ist es an sich ja gar nicht so spektakulär, ne? Aliens kommen runter, aber die haben halt eben, naja, keine Augen, mit denen sie jagen, sondern eben mit den Ohren, ne? Die gehen nach Geräuschen und dementsprechend ist es, ja, eine kaputte Welt, bei der man keine Geräusche machen darf. Und das fand ich an sich schon so ziemlich cool, weil es kein typisches Horrorszenario ist. Da hab ich's ja vorhin schon bei Midsummer von Cat, ne? Dieses 0815-Horrorszenario bekommt mir nicht wirklich. Aber hier hat man sich dann halt eben ein bisschen was dabei gedacht und eine andere Geschichte auf die Beine gestellt, was allein vom Konzept her schon richtig gut ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so? Ja, also, wenn, also, was ich bei dem Film schaffe, ist, den ganzen Logikquatsch, der da nicht hinhaut, ein bisschen auszublenden. Das, manchmal klappt es, manchmal schaffen das Filme und manchmal nicht. Bei dem schaffe ich das und deswegen hat mir vor allem der erste Teil auch echt gut gefallen. Das hat, hat ganz gut gepasst. Vor allem, weil der halt auch mit einer heftigen Szene einsteigt, ne? Wo du dann direkt schon weißt, was Sache ist mit dem, mit dem kleinen Spielzeug, was da dann laut wird, ja. Ich mag den ganz gern. Ja, mir hat er auch gut gefallen. Also, den ersten, ich hab die anderen Teile gar nicht gesehen. Den zweiten gibt's noch, das Prequel kommt jetzt erst noch, ja, genau. Genau. Ja, der zweite, der war nicht mehr ganz so gut, da geb ich euch recht. Ja, beim ersten, also, wie gesagt, den zweiten hab ich nicht gesehen, aber beim ersten dachte ich auch, ey, das ist mal echt eine interessante Idee. Gott sei Dank, gebt ihr euch mal ein bisschen Mühe und macht jetzt nicht wieder Schema F. Ich hab nichts gegen Schema F, aber wenn du halt zwischendrin echt mal sowas hast, wo du denkst, ey, das ist eine coole Idee und die machen was draus, was sie hier ja auch wirklich tun, dann hat man echt seinen Spaß. Ja, und auch das Design der Aliens ist cool gemacht, was man jetzt so in der Form selten oder bisher gar nicht gesehen hat. Und auch der Cast, muss ich zugeben, den liebe ich, ne? Emily Blunt, John Krasinski, also, der ja selber auch Regie geführt hat, fantastisch. Inszenierung, die Idee dahinter, Schauspiel und vor allem halt eben auch wirklich diese Stimmung, weil du darfst ja einfach kein Tönchen von dir geben, kein Böhnchen-Essner, könnte man sagen, da sitzt man dann halt auch wirklich total angespannt da und bei jedem Geräusch, was man hört, denkt man nur, oh Gott, hoffentlich war das jetzt nicht zu laut. Das ist ein Film, bei dem ich mich, einer der Filme, bei dem ich mich mitunter am meisten erschrocken habe, erschreckt habe. Ich hab den, ich lag irgendwie im Bett und dachte mir, ja, jetzt guckst du dir noch was an, hab mir Kopfhörer reingehauen und dann gibt es irgendwann eine Szene, das ist ja ganz oft einfach ganz still und die unterhalten sich ja so mit Zeichensprache auch oft und dann wechselt, dann, dann wechselt die Szenerie auf einen reißenden Fluss und dieser Fluss ist so laut, ich hab mich so verjagt vor einem Fluss. Also das ist schon, das war echt, das hab ich auch noch nicht gehabt, dass ich mich in einem Horrorfilm vor Wasser erschreckt habe, weil die dann am Fluss sind die dann, dann unterhalten die sich halt da, weil der Fluss die Geräusche, die Gespräche übertüncht und der Schnitt von ganz ruhig auf diesen Fluss, der hat mich fertig gemacht. Das war verrückt. Ne, ich finde auch, der hat eine tolle Atmosphäre, der hat echt ein paar super geil gemachte Ideen. Da war ich auch, also ich bin immer noch schwer begeistert. Ja, also ich hoffe, dass der dritte Teil wieder ein bisschen mehr vom ersten Teil beinhalten wird und qualitativ da ansetzen kann, weil der zweite ist ganz nett, kann man sich gut anschauen, ist alles andere als schlecht, aber wirklich gut fehlt ein bisschen was und gerade wenn man halt eben den ersten Teil so liebt wie ich, dann war das trotz vorhandener Qualität eine kleine Enttäuschung. Ja, ich fand den zweiten Teil eigentlich noch ganz okay, wobei man da noch, da muss man halt noch mehr wegignorieren. Also in dem Teil wird es deutlich schwerer als im ersten Teil, da noch irgendwie zu sagen, okay, das kann ich jetzt verschmerzen, weil wenn dann irgendwie die Familie auf Sand läuft, ich glaube, die hat genau dem ganz viel Sand und dann kommt aber plötzlich Laub und dann, oh nein, Laub macht Krach. Du siehst aber einen super langen Grünstreifen auf der Seite daneben, denke ich mir auch so, ja Leute, läuft doch auf dem Rasen weiter. Also sowas ist dann halt schon wirklich, ja, schwierig. Ja, aber Quiet Place könnte ich mal wieder gucken, ja. Der hat auch wirklich so ein paar Sachen, wo du einfach mitmachst oder auch vielleicht denkst, okay, auf der Couch, jetzt nett, zu laut, sich bewegt. Ja. Oder würdest du in dieser Situation auch still oder was würdest du tun oder das, mit dem spielt er wirklich ganz gut, das hat er wirklich gut raus. Und das war auch so eine Überraschung, also ich hab mit denen, ich wusste ein bisschen was drüber, hab mit denen reingeworfen und dachte, hey, das ist auch mal wieder so eine kleine Überraschung, du hast eigentlich was anderes irgendwie erwartet und sie haben es echt super gemacht. Ja, ja. Ja, also und vor allem, ich bin halt eben auch ein Horror, nicht nur Horror, sondern eben auch so Science Fiction und Alien Fan und da war das auch noch so ein klitzekleiner Faktor, der da mit reingespielt hat und wo ich dachte, ja, das sind coole Viecher, die sehen cool aus, das ist nochmal ein Pluspunkt. Das fand ich auch, das ist, das hat man ja nicht oft, dass sowas dann auch zieht, wenn Aliens mit im Spiel sind. War der im Kino oder habt ihr? Nee, leider nicht, leider nicht, das wär cool. Ich hab mir im Kino gesehen. Im Kino kommt ja bestimmt nochmal extra, also nochmal richtig auch gut rüber, gerade so einfach auch wegen der Stille, dass du dann da auch wirklich rausgerissen wirst, wenn es dann halt doch lauter wird oder bei jedem kleinen Geräusch, was du ja auch schon gesagt hast, dann irgendwie zusammenzugt. Ja, das ist schade, dass ich nicht dort gesehen habe. Das ist einer der wenigen Filme, wo ich halt eben auch wirklich einen größeren Beitrag zum Beispiel damals auf Facebook bei mir gemacht habe, weil ich gesagt hab, Leute, ist ein geiler Horrorfilm, geht rein. Ja, ich liebe ihn, wird regelmäßig angeschaut und dieses Jahr bestimmt auch nochmal. Ich bin auch gespannt auf die nächsten. Es soll ja Teil 3 kommen und noch dieses Quiet Place Day 1. Man hat ja in Teil 2 schon ein bisschen gesehen, wie es war, als die Aliens auf die Erde gekommen sind. Da bin ich mal gespannt, weil dieser Day 1, dieses Prequel wird von Michael Zanosky inszeniert. Das ist der, der Pick gemacht hat mit Nicolas Cage, den ich auch sehr gut fand. Ah, ja. Es könnte interessant werden. Spannend. Ja, also dann war es das meinerseits auch schon bezüglicher Quiet Place. Okay. Ich hatte ja eigentlich auf einen Asylum-Titel gehofft, gell? Die Asylum-Titel muss ich zugeben, die sind, was Unterhaltung angeht, durchaus teilweise Spaß. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich um Grusel und Horror geht, dann doch lieber eher sowas. Das Gespräch hatte ich auch letztens mit einem Kuppel, da ging es darum, Alien 1 oder Aliens, die Rückkehr. Habe ich gesagt, für mich sind es zwei Genres. Also wenn ich Horror will, schaue ich mir Alien an, den ersten Teil. Wenn ich dann aber Action haben möchte, dann schaue ich mir den zweiten an, weil auch wenn der zweite so Horror-Aspekte hat, schaut man den Film dann eben nicht für den Horror. Und so ist es auch bei die Asylum. Und bei den beiden hat es sich tatsächlich bei mir gewandelt. Ich fand früher den zweiten geiler, weil er halt klar Action ist. Aber mittlerweile kann ich mir dieses Gequatsche von diesen Marines kaum noch anhören, ohne dass ich wirklich einen Fingerkrampf kriege. Ist schwierig geworden, ja. Das stimmt. Boah, das ist so sackhol. Ja klar, die Action ist fett und alles sieht saugut aus, aber diese Marines, wenn die den Mund aufmachen, denke ich jetzt immer, oh Gott, das will. Ja, das stimmt. Ich bin auch ganz klar, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich immer bei Alien 1 tatsächlich. Gut, da wir keinen Werwolf-Sharktopus vs. Killer-Seestern bekommen haben. Was hast du noch dabei, Till? Ich habe mal, es ist ein bisschen experimentell, weil ich habe keinen Grusel-Splatter-Horrorfilm genommen. Ich habe eine Horror-Komödie genommen und zwar Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Habt ihr den beide geguckt? Ja, aber ich bin damals dabei eingeschlafen. Nein, und Sven? Ich habe 20 Minuten geguckt, dann habe ich ausgemacht. Das war nichts für mich. Okay, macht nichts. Also, ganz kurz, worum geht's? Es ist wie so eine Mockumentary, wie eine gefakte Dokumentarfilm. Ein Team von Dokumentarfilmern filmt einige Monate lang das Leben einer Gruppe von Vampiren in deren Haus, in deren kleinen Villa und die leben in Neuseeland, in Wellington und dann, ja, sieht man halt, wie die so zusammenleben und das auch bei denen der Haussägen schiefhängen kann. Inszeniert von Taika Waititi, den man ja mittlerweile kennt für Tor 3 und Tor 4 und Jojo Rabbit und mit als Regisseur Germain Clement oder Germain Clement, eins von beiden, der tatsächlich nur What We Do in the Shadows oder Fünf-Zimmer-Küche-Sarg gemacht hat. Und für mich ist dieser Film ein absolutes, ein absolutes Fest. Ich liebe den von vorne bis hinten. Ich liebe auch die Serie, die andere Vampire begleitet in New York dann. Und schade, dass ihr den beide nicht ganz geguckt habt. Weil für mich ist das so ein richtiger Feelgood-Film, auch wenn es halt, ja, weil es halt Horror-Komödie ist. Und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt einmal so ein richtig brutales Schnetzelbrett, was wirklich keine Gefangenen macht und wo man eigentlich nicht eine Sekunde lacht. Und habe mich jetzt für den hier entschieden, weil ich gehofft habe, dass meine lieben Mitcaster nicht jenseits des guten Geschmacks sind, sondern mit mir sind. Ja, ich liebe den. Die Interaktion, die Ideen, die sind einfach richtig, richtig, richtig geil. Und wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen vampirmäßig die Filmgeschichte kennt, dann erkennt man auch irgendwann, dass diese verschiedenen Vampire auch so ein bisschen angelehnt sind an Filmvampire der, keine Ahnung, das ist mittlerweile der letzten 100 Jahre. Weil du hast einmal so einen ganz typischen Nosferatu, der einfach schon 8000 Jahre alt ist und unten im Sarg liegt. Dann hast du einen, der so ein bisschen Lost Boys mäßig unterwegs ist. Dann hast du einen, der hier Dracula mäßig unterwegs ist aus dem Film mit Gary Oldman. Einen, der quasi eine Reminiscenz an Edward ist aus Twilight. Und einmal Interview mit einem Vampir. Ja, und ich könnte jetzt die ganze Zeit noch weiterschwärmen und auch wie toll die Interaktion zwischen den Vampiren ist und vor allem auch, gibt es auch Werwölfe. Und das ist so lustig. Leute, es ist wirklich so lustig. Ja, soll ich noch mehr reden oder wollen wir weitermachen? Also ich, was mir durchaus an dem Film gefallen hat, war so der Stil, ne? Wie hast du gesagt? Ja, ich glaube, das ist Mockumentary, dieses gefakte Dokumentar. Mockumentary war es, genau. Richtig, Mockumentary. Also der Stil, den fand ich super. Der hat mir sehr gut gefallen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, glitzert dieser Typ auch, der wo Edward darstellt, glitzert der auch? Nein, 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 das ist nicht eins zu eins. Das merkst du so nicht. Davon ein paar habe ich mir davon auch bei IMDb rausgelesen. Bei manchen ist es offensichtlich, bei manchen wäre ich von alleine auch nicht drauf gekommen. Nein, nein, der glitzert nicht oder so. Nein, nein, das nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Film, wo ich dachte, ich gehe mal ein bisschen weg von Grusel und Splatter-Horror. Und der war insgesamt neun Jahre in der Entwicklung. Die hatten über 125 Stunden an Material, was sie dann auf 90 Minuten runtergeschnitten haben. Was einfach völliger Wahnsinn ist. Und die haben, das Skript war 150 Seiten lang und die haben den einzelnen Personen, die im Film involviert waren, das Drehbuch und das Skript nie ganz gezeigt, sondern immer nur, die sind ein paar Happen hingeworfen und das dann auch viel, es wurde auch viel spontan gemacht. Und das macht das Ganze in meinen Augen merkbar interessanter und lustiger nochmal. Ja, ich habe sehr gelacht. Von der Sorte sollte man aber trotzdem mehr Filme machen. Also auch wenn ich jetzt gerade mit dem Film jetzt nicht so warm geworden bin, finde ich so stilistisch her und vom Stil her sollte da mal, sollte mehr kommen. Also davon gibt es viel zu wenig heutzutage. Ja, das stimmt. So eine richtige Horror-Komödie, auch wenn ich mit dem auch nicht warm geworden bin. Aber es stimmt schon, da gab es früher, es kann auch nur ein Gefühl sein, aber früher würden mir tatsächlich mehr einfallen. So diese neuartigeren Sachen. Ah, und selbst der ist alt, fällt mir tatsächlich nur Tucker & Dale vs. Evil ein. Ja, genau. Ja, der ist natürlich auch cool. Ja, es gibt, ja mein Gott, du hast halt Scary Movie 1 bis 1000, die immer schlechter wurden. Und die, ich habe mich nicht mehr an Scary Movie herangetraut, weil ich habe den einfach so toll in Erinnerung. Den habe ich, da war ich 10 oder 11, viel zu früh geguckt. Und danach habe ich halt erst gecheckt über die Jahre, was da eigentlich passiert, weil ich dann erst die anderen Filme kennengelernt habe. Aber an Scary Movie traue ich mich nicht mehr ran, genauso wie, ach, was ist das, Schweigen der Hammeln, so, weißt du? Oder Dracula, Tod, aber glücklich mit Leslie Nielsen, sowas in die Richtung, das, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt noch zündet. So, keine Ahnung. So, nicht so übertrieben, sondern schon auf einer gewissen, klar, dass du eine gewisse Grundlage hast, aber halt nicht jetzt ein Gag voll dem nächsten, also nicht so im Stil der nackte Kanone. Ich liebe zwar nackte Kanone, aber ja, bei Scary Movie, ich habe die auch nur einmal gesehen, auch nur die ersten, ja, die ersten zwei. Im zweiten ist der Typ ist mit dem kleinen Händchen dabei, der ist nämlich geil. Richtig. Würde auch, das traut sich auch, würde sich niemals jemand trauen heutzutage halt, das ist halt so. Nee, oh Gott. Das ist halt so. Was da abgefeuert wurde und Teil 1 auch Miss Man, das würde halt, da würden halt alle Menschen brennen, die diesen Film inszeniert haben. Auf einem riesigen Scheiterhaufen. Ja, wirklich, wirklich. Nee, da bin ich tatsächlich auch raus. Ich habe als mal so ein bisschen Best-of mal geguckt, auch mal irgendwas mit Charlie Sheen, glaube ich, der irgendwann mal auftaucht. Ich weiß halt, 3, 4, 5, was weiß ich. Aber ja, so ein bisschen, auch so wie The Frighteners zum Beispiel von Peter Jackson, den finde ich auch gut. Das ist ja auch eine Horror-Komödie. Ich weiß zwar nicht, warum denn er ist, okay, gut, wegen dem Schluss, aber naja. Ja, es ist, mhm. Aber der macht, der macht, der macht immer noch Spaß. Ja, ich meine, Peter Jackson komplette, teils indizierte und beschlagnahmten 90er-Filme, die machen alle Spaß. Das stimmt. Ich hoffe, dass der langsam mal irgendwann gestrichen wird. Das muss doch jetzt mal echt gut sein. Wenn ich mir angucke, was so in letzter Zeit ins Kino gekommen ist. Das Ding ist halt, Terrifier 2 war halt so der Startschuss, wo ich sage, jetzt gebt doch mal alles frei, was ihr da beschlagnahmt habt. Ja, ich bin da auch dafür, also. Ja, Terrifier dürfen sie gerne wieder indizieren, aber alle anderen können sie gerne freilassen. Mit Terrifier indizieren mache ich eine Petition, dass sie Asylum zumachen. Nein, 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 nein. Alles klar. Behalt dein Terrifier. Ja gut, ihr habt anscheinend nichts zu sagen zu dem Film, weil ihr ihn entweder nicht mochtet oder eingeschlafen seid. Dann kann ich nur noch empfehlen, wer den Film nicht kennt, traut euch. Wer den Film kennt, guckt unbedingt die Serie auf Disney+. Die hat mittlerweile... Vier, ich glaube in Deutschland, vier Staffeln oder schon fünf, weiß ich nicht. Ich hänge da ein bisschen hinterher. Unglaublich lustig auch. Es ist eine andere Vampir-Crew, aber Taika Waititi ist natürlich wieder hinter der Kamera mit an Bord. Es ist, wenn man den Film mag, ist die Serie einfach ein absoluter, ein absoluter Spaß. Auch hier, ja? Da muss ich zumindest mal kurz noch was zu Taika Waititi sagen. Und zwar, der bekommt ja jetzt ziemlich viel Hate ab wegen dieser ganzen Tor-Geschichte letztes Jahr. Ich muss aber sagen, ich bin ein Fan von ihm. Also er wäre für mich zum Beispiel ein Grund, sich jetzt gerade den Film jetzt hier anzuschauen oder eben die Serie. Weil Taika Waititi ist ein cooler Jude. Tor 3 fand ich kacke. Ja, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Tor 3 fand ich kacke. Tor 4 fand ich cool. Aber ja, genau. Der ist halt so ein bisschen... Das ist halt so eine andere Art von James Gunn. Der hat halt, der kriegt leider deutlich mehr Hate ab, obwohl er sich echt viele Sachen traut. Aber der hat halt was im Köpfchen und kann mit Humor umgehen. Wenn man denn seinen Humor mag, das ist natürlich nochmal... Der ist halt auch sehr speziell, das muss man auch einfach sagen. Das stimmt ja. Und wer schon immer wissen wollte, und dann können wir gerne weitermachen, warum Vampire so gerne das Blut von Jungfrauen trinken, der soll sich doch bitte den Film angucken. Da ist die Lösung. Da wird sie präsentiert. Ich möchte diesen großartigen Gag hier jetzt nicht verraten, aber das ist die einzig wahre Lösung. Vielen Dank. Gerne. Gut, dann mein letzter wäre Nightwatch von 94. Yay! Und zwar von Ole Bornendahl, der da auch das Remake Freeze gemacht hat, das vielleicht die Leute eher kennen, mit Ewan McGregor und Nick Nolte. Hier haben wir einen jungen, knackischen, frischen Nikolai Kostar-Waldau. Und zwar, um sein Medizinstudium zu finanzieren, übernimmt der Student Martin die Nachtschichten der Leichenhalle. Zur gleichen Zeit wütet ein Serienkiller. Und die Opfer landen natürlich bei Martin in der Leichenhalle. Plötzlich gerät er ins Visier der Ermittler und unheimliche Vorgänge spielen sich ab. Und eine Wette unter Freunden spielt auch eine Rolle. Okay, Till hat schon gejubelt. Werner, kennst du diesen Film? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir jetzt gerade im Hintergrund schnell aufgemacht, aber ich kenne weder Bild noch Name noch Regisseur. Also ich tapp da im Dunkeln. Also begeistert mich. Das war einer der Filme, der mich tatsächlich auch so ein bisschen verfolgt hat. Zumindest auf dem Nachhauseweg. Den haben wir beim Kumpel geguckt und dann hieß es, das ist der krasseste und wie es halt immer ist. Und du denkst nur, naja, komm, krass, naja, ich weiß nicht, schmeiß das Ding rein. Und der ist wirklich krass. Also der ist nicht sonderlich brutal, er ist einfach spannend. Ob er die Leute jetzt noch so hinterm Ofen vorlockt, weiß ich nicht. Bei mir funktioniert er alle paar Jahre immer wieder gut. Ich gucke dann über Kopfhörer, mache alles schön laut. Und er hat seine Schwächen, er geht definitiv ein bisschen zu lang. Und dieser Freund, der mit ihm gewisse Herausforderungen macht, würde ich tatsächlich nicht, also wenn ich so einen Freund hätte, dann gut nach. Ja, also ich kann für mich sagen, er funktioniert noch, weil ich den erst letztes oder vorletztes Jahr geguckt habe, das erste Mal tatsächlich. Und mir hat der echt gut gefallen. Ich finde, der ist spannend, der ist wirklich gut gedreht. Es gibt kalte Farben, generell ist alles kalt. Und ja, man kann auch mit ihm, also mit Martin, auch so ein bisschen hadern tatsächlich. Das habe ich beim letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir auch, naja, irgendwie bist du zwar schon sympathisch, aber diese Aktionen, die du da reißt, sind irgendwie auch ziemlich kacke. Trotzdem ist es immer noch spannend, auch wenn du natürlich weißt, wer und was. Aber es gibt Momente, die sind einfach ohne Musik untermalt. Er läuft diese kalten Flure entlang und er muss immer eine Runde drehen und muss dann in einem Schloss seine Schlüssel, also dieses Schloss praktisch einmal um sich selbst drehen, damit es dann so eine, da ist eine Zeitschaltuhr drin, damit es als Runde gezählt wird. Und wenn er da zwischen den Leichen rumläuft, ist es schon bitter. Ich glaube aber auch dadurch, dass ich schon mal in einer Leichenhalle war, also mehrfach, dass eine andere, vielleicht auch eine andere Ding hat, einen anderen Impact. Ja, das ist tatsächlich lustigerweise, wir haben ja beide denselben Beruf gelernt, ist das, als ich jetzt gerade bei Letterboxd den Film aufgemacht habe. Und das Bild, das Hintergrundbild des Films ist auch, da steht er zwischen den zugedeckten Leichen in der Leichenhalle und in dem Krankenhaus, in dem ich gelernt habe, sah das auch fast identisch aus. Also es war nicht dieses typische Wandtür auf, reinschieben, sondern da waren die wirklich alle auf den Tragen zugedeckt. Und das gibt natürlich nochmal so einen zusätzlichen Kick, wenn man schon mal da drin war. Man weiß, wie es sich anfühlt, diese bestimmte Kälte, irgendwie, weil du bist halt von tot umgeben. Und dann auch dieser Geruch, der ganz leicht ist. Ich meine, Gott sei Dank wird es ja konserviert durch die Kälte, aber das ist einfach eine Atmosphäre, die hast du nicht in jedem Raum. Nee, wenn du das dann gesehen hast und dann hockst du da unten und dann denkst du, ich will hier sowieso sofort wieder raus, weil es hier absolut unangenehm ist. Aber dann hast du noch diesen Film im Nacken und denkst, Gott hoffe ich klingelt es nicht. Ja. Das Remake macht mir auch noch Spaß. Es ist eigentlich im Endeffekt eine 1 zu 1 Umsetzung, bloß mit ein bisschen mehr Blut. Wir haben es amerikanisches. Hat das den gleichen Titel? Nee, heißt Freeze, Albtraum, Nachtwache. Ist aber dasselbe Regisseur. Okay, im Englischen heißt der aber auch Nightwatch einfach. Ja, also das war nur der deutsche Titel, was ich jetzt... Ja, 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 genau. Und den kann man sich... Also ja, es ist 1 zu 1 Kopie, ein bisschen mehr Blut, dieselben Aufnahmen, Story ist die gleiche, halt bloß ein bisschen amerikanisiert. Aber hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Den kenne ich nicht, das Remake. Da gab es auch mal ein kurzes Revival, also Out of Sea, Jane Doe, habt ihr das gesehen? Ja. Und es gibt noch Possession of Bla 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 Grace, glaube ich, die spielt auch in der Leichenhalle. Den habe ich nicht gesehen, aber die Autopsie von Jane Doe fand ich nicht schlecht. Ja. Den habe ich hier, den wollte ich mir letzten Monat anschauen, aber dann kam die Männergrippe dazwischen und ich dachte, nee, jetzt schaue ich keinen Horrorfilm mit Männergrippe. Die ersten zwei Drittel oder drei Viertel des Films waren richtig, richtig gut und hinten raus, ja, okay, aber ja, der macht es mal ein bisschen anders, den fand ich sehr interessant. Ja, gutes Ende ist, ja, hinten raus ist wirklich ein bisschen Banane, muss man schon sagen, aber der Anfang dachte ich, hey, cool, schönes, schönes, unangenehmes Setting, kurze Laufzeit, toller Schauspieler, das könnte echt was werden. Aber ist trotzdem kein schlechter Film, um Gottes Willen. Ja, ja, fand ich auch. Ich habe ihn mir gekauft, weil der Regisseur, dieser Andrew Overdell oder wie man den ausspricht, der hat ja die letzte Fahrt der Demeter gemacht, wo dieses Jahr lief und den fand ich ganz cool, da dachte ich, schaue ich mir mal die anderen Werke des Regisseurs an. Hat mir auch richtig gut gefallen, bloß schade, dass der so gefloppt ist. Ja. Der hat auch ein paar fiese Kittels. Ja, den muss ich noch gucken. Ja, da schlägt dann wieder der 99-Cent-Tilz. Also den, da warte ich auch drauf, bis der günstiger wird und dann den hole ich mir auch, weil ich glaube, den werde ich mir auch öfters. Eigentlich wäre mir sogar schon durchschützt. Ja, ne? Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Nö, soweit nicht. Guckt euch alles an, was wir hier gerade erwähnt haben. Genau. Und ich würde mir wünschen, dass Hollywood wieder ein bisschen auf die Horrorschiene geht und mehr Qualität abliefert. Ich will mehr Horror sehen, ich will guten Horror sehen. Komm schon, Hollywood, gib's mir. Ja, das ist ein guter Wunsch. Da schließe ich mich natürlich an. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht den ein oder anderen Tipp sogar abholen können. Das nächste Mal steigen wir wieder mit der gewohnten drei Filme und eventuell drei Googlen Qualität ein. Ich sag dann schon mal, ciao und lasst euer Kommentar da. Uns gibt's, ja, ich hab's gelernt, überall, wo es Likes gibt. Folgt dem Tele-Stammtisch, geht auf die Website www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle Redakteure, Redakteurinnen, alle Casts, alles, was ihr wissen wollt. Ich bin dann schon mal raus und sag tschö und dann dürfen die anderen ciao, ciao. Ja, dann sag ich soweit auf jeden Fall erst mal danke an euch, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, war eine super Runde. Falls ihr gelegentlich mal ein Zimmer frei habt, dürft ihr mich gerne wieder einladen. Und bis dahin geht auch ein Danke an die Zuhörer und allen eine gute Zeit. Bleibt gesund zur kalten Jahreszeit. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Ja, dann sag ich auch mal tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.